Jetzt kommt der gute Shit. Jetzt kommt der Shit, wo nämlich alles hart wird. Errate das heutige Pokémon. Wir gehen mit Glumanda. Das ist einfach Shiggy diesmal. Trust. Shiggy ist kleiner als Glumanda. Oh, fuck. Und wir haben eine Fähigkeit. Freundeshut. Wer supportet dich? Shanaira, aber ist einfach nur normal. Oh, das ist andere Shanaira, das ist das lila. Pipi. Pink-Rosa ist richtig. Dann ist es Pummeluff. Junge, was für Fee. Wollt ihr mich verarschen? In Gen 1 ist es einfach nur normal. Was könnte das sein? Ist es ein Aquana-Engel? Ist es ein Rattini-Engel? Ich soll es langsam eigentlich sehen, aber ich sehe es immer noch nicht. Ist das der Kopf? Das hier ist der Körper. Ich sehe es nicht. Oh, Seeper. Oh mein Gott. Was? Nicht Seeper? Simon, ja, same shit. Das war voll schwer. Beschreibung. Na, der Gut fällt ihm das laufend schwer. Die Wettrennen, die es sich mit seinen Freunden liefert, stärken jedoch seine Beinmuskulatur. Was ist mit Dodo? Was ist mit Ponita? Huge! Silhouette. Onyx. Das ist Onyx-Kopf. Oh mein Gott, zwei First Trace. Let's go! Alright, Now.